Das hört sich eigentlich gut an. Es regnet. Zwei Sternteile. So. Dann brauchen wir einen Pilz. Noch einen Pilz. Sogar ein seltener. Wo ist er denn? Ach, da hinten irgendwo? Ach, für den Kleinwagen habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Ich trottel. Äh, was habe ich gesagt? Zweimal Nägel. Wir nehmen zehn Nägel mit. Mist. Wir nehmen zehn Nägel mit. Habe ich da edles Bauholz noch? Nee. Schade. Wo habe ich denn das edle Bauholz gelassen? Hallo. Hallo. Wo ist denn das edle Bauholz hin? Na, nicht. Du sollst das machen. Versteht sich. Edles Bauholz. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Ich habe nichts gemacht. Ich bin die Unschuld vom Lande. Achso, warte mal. Ist er denn noch da? Er ist noch da hinten. So einen seltenen Pilz. Den kann man dem ja auch mal in den Rachen schieben, ne? Oder ihr. IMSR. Moin. Hm. Hier, das gefällt dir bestimmt. Oh. Ein prächtiger Pilz. Vielen Dank. Ich habe noch Pilze. Warte mal. Hm. Geht es ja bestimmt weiter. Oh. Ein prächtiger Pilz. Vielen Dank. So, da habe ich ja noch einen. Hm. Oh. Ein prächtiger Pilz. Also da haben wir mein Ansehen, äh. Es wird bestimmt schwer. Ja. 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 Ey, was habe ich da? 200 Blütenblätter gefunden. Cool. Äh. Achso. 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 Da macht aber jemand ganz oben ganz viel Lärm. Das finde ich natürlich nicht so schön. Aber das sind so die Egoisten hier. Ego und Isten. Kennt man vielleicht. So, da. Zack. Und... Nägel. Zack. Montierer. Zweimal. Dann habe ich jetzt... Nein. Sternenteile. Sollte man geilen. So. So. Das war mal Werkzeuggriff. Den haben wir ja. Zweimal Werkzeuggriff. Viermal Nägel. Dann mal... Spitz... Achso. Und eine Spitzhacke. Nehmen wir doch mal eine Spitzhacke, oder? Tada. Eine gehärtete Zauberspitzhacke. Sehr schön. Kann ich damit denn jetzt irgendwie... Monumentarisch irgendwie mehr abbauen, oder was? Mega. Mega. Na ja. Wollte ich mal gesagt haben. Hallo, Kakaobohnen. Da. Werde ich mich jetzt drum kümmern. Dann. Ich werde mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall... Achso. Also wir brauchen auf jeden Fall Sternteile. Ich habe es gerade gemerkt. Blaue. Okay. Da. Nägel selber machen kann man nicht. Da brauchen wir gar nicht mit anfangen. Ähm... Jo. Deichel! So. Mein Gott. Ich habe hier so viele Fliegen gerade aktuell. Was soll denn das? So viele Fliegen aktuell gerade. Das ist echt nervig. Kann ich mal echt sagen. Himbeeren. Es ist Himbeerzeit. Oh Baby. Himbeerzeit. Himbeerzeit. Na ja. Ich würde mich eigentlich gerne über meine Erdbeeren eher freuen. Oh na ja. Man kann nicht alles haben. Man kann einfach nicht alles haben. Warum ist denn das nicht fertig? Das gibt es ja nicht. So. Ne. Pass mal auf. So soll das nicht sein. Das soll so gehen. So soll es gehen. Oh Tomaten. Es sind die Tomaten. Da können wir wieder Salate und so machen. Geil. Freue ich mich drauf. Die Gurken sind jetzt auch noch nicht fertig. Die sind jetzt auch noch nicht fertig. Die auch noch nicht. Wie sehen denn meine Tomaten aus? Ne. Die sind auch noch nicht fertig. Ne. So. Ach Quatsch. Da kommt sie. Na. Was ist das? Oh. Werden jetzt nur zwei? Na ja. Ähm. Ja. Obacht die Tomaten. Wir könnten eigentlich noch ein paar Tomatenpflanzen eigentlich machen, oder? Ein paar Tomatenpflänzken. Aubergine. Und das finde ich so clean. Mit Aubergine. Zuckerrohr. Auf deinem Ohr. War auch eins Zuckerrohr. Weh. Oh. Warte mal. Das reicht. Das reicht. Mehr gibt es nicht. Jetzt haben wir nämlich zu viele Tomaten gleich. Dann haben wir nämlich wieder Probleme. Dann kommen wir nämlich schon wieder hier in die Bredult hier. Mist. Wie komme ich denn da jetzt aus der Nummer wieder raus? Na ja. Gefixt. So. Tomaten. 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 Himbeere. Das wäre schwere. So. Wo kommen denn hier die Karottchen? Die Tomaten. Wo kommen denn die Bananas? Banane. Warte mal. Zucker. 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 Zuckerrohr. Zuckerei. Zuckerei. Liegen. Weiß es gar nicht. Ha. Ich weiß gar nicht, dass ich noch die Kohle hier offen stehen habe. Ty. Was können wir denn noch machen? So. Gehärtete Spitzhacke. Fischgestell. Gehärtete Schaufelkanne. Gehärtete Kanne. Wasserkrug. Oh, Alter. Was brauchen wir dazu? Gießkanne. Wasserkrug. Zweimal grünes Blatt. Fünfmal blauer Kristall. Ja, wir machen alles nach und nach. Bauholz. Gehärtete Hammer. Große Wissenschaftsmaschine. Ach, haben wir ja schon gemacht. Großes Zahnrad. Zweimal Blech. Schnitzen. Höhleninsel-Teleporter. Zweimal Erdblock. Zweimal Kleinstell. Zahnrad. Dreimal Kabelkleber. Hochdachziegel. Mhm. Hühnerfutterstelle. Hühnerstelle. So. Dann. Äh, ja. Ein Kleidungswagen. Boah, achtmal. Boah. Hartholz? Wie krieg ich denn edles Hartholz? Ich hätte gerne edles Hartholz. Hallo? Ich guck mal. Hart? Ne. Edel. Kann ich denn danach suchen auch? Edles Hartholz. Zweimal Bauholz und fünfmal Rohholz. Gut, dass ich das ganze Rohholz am verballern bin. Ist natürlich echt nice. Ähm. Habe ich denn noch vielleicht irgendwo? Ja, ich habe aber nur welches. Lalalalalalalala. Lalalalalala. Lalalalalala. Tach! So, lass mal gucken. Eben. Hart. Na, hier. Hart, aber herzlich. Ähm. Auf den Schnitzer. Zweimal Bauholz. Und zweimal Rohholz. Jetzt. Achso. Warte mal. Jetzt habe ich ja edles. Äh. Äh. Ist ja nicht wahr, ey. Aber warte. Wir haben ja hier noch. Das ist Feld. Wo ist denn der Schnitzer? War egal. Tam, tada. Ich, ich brauche echt mehr. Ich brauche hier irgendwo. Ich muss mir auf jeden Fall so eine, so eine Scheune bauen hier noch. Ja, das, das, äh. Wir müssen in die Richtung bauen. Das merke ich jetzt schon. Da ist der Schnitzer. So. Welche, welche Seiten sind richtige? Achso, da. Ähm. Und ein Rohholz. Alles klar. Hallo? Hallo, Rohholz. Ah, okay. Hä? Geht aber nicht. Bauholz? Und Rohholz? Hä? Zweimal Bauholz. Fünfmal. Achso. Warte mal. Schnitzerprozess. Zweimal Bauholz. Und fünfmal Rohholz. Hä? Zutaten. Zweimal Bauholz. Zweimal Rohholz. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier gerade mache. Sind Pfosten jetzt. Das ist Rohholz. Das ist Bauholz. Das ist der Schnitzer. Ähm. Na. Äh. Hä? Ne, irgendwie, äh. Oder waren die eher edles Holz? Ne, auch nicht. Hä? Bestellen wir gleich Hartholz. Junge, gibt's doch nicht. Edles Hartholz. Zweimal Bauholz. Fünfmal Rohholz. Hab ich vielleicht zu viel davon? Ich nehme mal. Ich bringe jetzt erstmal das edle Holz weg. Und den komischen Zaun, den ich da gepflückt habe, dann auch. Ups. Ah ne, waren ja Pfosten. So, zweimal Pfosten können weg. Ähm. Pass mal auf. Eins. Zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Es sind sogar sechs. Einen wieder zurück. So. Ne, hab ich so, oder? Ich hoffe, es ist so richtig. Fällt's mir denn? Ich hab irgendwo ne, ne Wissenslücke gerade, oder? 4 Mal Bauholz. Nägelack. Schnitzer. Zweimal. Bauholz und 5 Rohholz. Schnitzen. Dann verstehe ich es, ehrlich gesagt, gerade nicht. Naja, wir machen jetzt erstmal viermal Bauholz. Auf den Schnitzer. Nägel und Lack. Ich glaube, Lack habe ich keinen mehr. Nägel weiß ich gar nicht mehr. Da ist mir der Lack ausgegangen, ne? Nägel. Habe ich denn nicht noch irgendwo etwas Lack? Ist ja Lack getroffen, Alter. Ne. Müssen wir uns auch mal eben organisieren. Etwas Lack. Etwas Lack. Mach kein Kack. Dann ist es fein. So. Wir kaufen jetzt eh mal 400 Bleche. Ne, das waren 10 Bleche. Äh, Lack. Einfacher Lack. Davon 10. Davon 10. Nägel brauchen wir eh immer mal. Also, ne? Achso, da sind Nägel. So. So. Damit wir überhaupt mal wieder was zu verkaufen haben, nehmen wir diese Törtchen hier mal mit. Das sind Schnecken, ich weiß. Na, mein kleines Törtchen. 60? Ja, das sind astreine Schnecken. Warum gehen wir nur 60? Geiziges Pack. Obwohl ich noch nicht gemacht habe, sind meine Tiere gefüttert und gemolken und gezetert und geschont und verprügelt und äh, all sowas. Und jetzt war falsch. War auch falsch. Ich glaube, es kackt. Ich hab den Lack. Wie, das ist falsch. Die Mensch-Tür? So, schnitzen zweimal. Hä? Sag mir nicht, das war irgendwas falsch. Warte mal. Firma Bauholz? Lack und Nägel? Das ist ein regulärer Fensterrahmen. Was soll ich denn damit jetzt? So. Sechs edles, hartes Bauholz. Ja, wenn ich das mal wüsste. Holz. Ich gebe einfach mal Holz ein. Edles Holz. Finde ich nicht. Gibt es noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich tue es jetzt erstmal hier mit rein. Auch das. Ebenso das. So. Ich gehe jetzt pennen. Gute Nacht. Geist. Ja, ich mach es nicht. Nein, Mann! Mann! Mann!